Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich melde mich hier aktuell zu Wochenbeginn aus unserer Polizeileitstelle in Warndorf. Ich habe drei Anliegen. Erstens ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich am Wochenende vernünftig verhalten haben, die Regeln in dieser Corona-Krise eingehalten haben. Jeder schützt sich, wir schützen uns alle. Vielen Dank dafür, dass sie so vernünftig waren. Zweitens, einige allerdings haben wir feststellen müssen, haben das Ganze immer noch nicht ernst genommen und haben nicht begriffen, wie wichtig es ist, dass wir die neuen Regeln einhalten. Hier werden wir konsequent durchgreifen. Und drittens, auch in den nächsten Tagen gilt, Ordnungsamt und Polizei werden Streife gehen und allen Verstößen des Kontaktverbotes nachgehen, ob es im öffentlichen Bereich ist oder im privaten Bereich. Denn eins gilt, so wenig Kontakte wie möglich, heißt wenig Ansteckung und damit Schutz vor allen Dingen der alten und kranken Menschen, denen erhebliche Risiken in der Corona-Krise drohen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.